so die multi morphing mega rangers gehen schon mal voraus damit so spontan dass ich wusste was ich sagen soll nicht gut so mein name ist dann über lp und ich wie soll ich zu let's play mega mx8 ja eigentlich muss ich gar nicht wir sind hier auf der suche nach einzeln im metall in dem ich hoffe dass es hier ist also dass sie jetzt weiß ich auf jeden fall aber wie wir da hinkommen ich habe den verdacht dass es auf die weise zu holen ist wie ich denke das bedeutet er kann jetzt zurück schießen das ist doch mal ja nice oder wenn man zwar überhaupt nicht gegen die sehr schweren gegner selber können ist übrigens hier dann ein paar städte mehr dazu hat was jetzt vielleicht doch so links mitnehmen soll mein gott ich will hier nur und seltener metall holen da kommen wir immer irgendwie mit dazwischen ich habe gleich das spiel verarscht mich manchmal kann auch sein das trollt mich er darf nicht wahr sein ich wollte nur schnell hier total holen und wieder abhauen jetzt hatte damit gerne das zweimal diese level rein müsste also zwei minuten schon mal geil finde ich toll wenn so was passiert ist immer so wie die Fülle befriedigen bei ganz vom Bediener soll immer noch mal da glaubt er jetzt immer noch so dicke fresse ich bringe einfach auf euch drauf und dann seid ihr tot und ich bin froh der kauf ist noch verdammt breit gott mut ja das ist ich habe noch gut in erinnerung aufspringen weil er als die roboter bin ich hier jetzt sind wir schon fast da das bräuchte roboter eigentlich so lange sagt was war ich glaube ich brauche den doch ich glaube ich brauche den doch ja 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 stückchen wo irgendwie nix ist ich habe das gefühl dass da doch was ist und mit dem roboter werde ich es erreichen ich danke übrigens dass du mir sagt sagt was ist so wenn ich mich nicht irre ich gucke euch den angefangen wenn man den macht dann ist manchmal eine wahrscheinlichkeit dass gegenstände mit rauskommen so und hier ist eine etwas auffällige stelle ich glaube dass jenseits metall drin ist aber wir sind jetzt sowieso nehmen wir sind nicht am ende deswegen gehe ich zurück zum labor okay hier haben wir das letzte metall gefunden etwas etwas ja guck euch meine zeit an nichts so schnell war ich so doppelbarriere kann ich mir nicht leisten wunderbar halt neu versuchsschip nein nicht rekord neu versuchsschip neu versuchsschip so kann ich mir noch was leisten okay haben wir wieder was erreicht so was machen wir jetzt nächstes ich kann mich hier noch mal umschauen aber das ist also zeitbasierend weiß nicht da ist dort wenn er nix ist dann dann ist ja nix erst mal werde ich sowieso fehlen bei den ganzen dingern weil ich glaube man muss alles ich glaube um ein seltenes metall zu bekommen muss man alles perfekt hier schaffen in diesem level also bei den einzelnen tests und perfekt das steht nicht auf meiner visiten karte das sieht eigentlich gut aus wenn man weiß wie das sieht eigentlich gut aus ja und wir sind ein höher okay ich glaube ich hätte so bleiben wird bei menschen diese zwischen level sterbe dann ist sowieso aus so habe ich ja überhaupt schon mal geschafft hier nach oben in diesem let's play und schon einmal bei war ok bitte muss auch mittelmaß oder hoch sein ich bekomme dann auch etwas wäre natürlich richtig gut dort mit der person gehört bringen in dem einen ding jetzt obwohl ich glaube ich werde noch mehr sachen ein paar mal muss man das hier einsetzen das macht ein sehr viel einfacher und glaubt ihr wer hat perfekt mein gott ja ich glaube jetzt als kalt es gibt mir leid ich glaube dass ihr bei euch oder die aufladen wenn man auch so was kann mit der letzte rote 3 verdammt neue an von ladungsattacken ok na gut waren wir gleich ist also für verarschung das ist jetzt gerade nicht sehr gut ok da war sehr gut wegen diesen einen raum jetzt nicht so elia sagt mir nix leck mich am warum hast du das eingesetzt zero machen wir sehen auf komplizierter weise jetzt machst du das vielen dank man jetzt beinahe geschafft kann es einer die stärker werden wenn ich die mehr sachen kaufe da haben wir uns das dinge glaube ich geholt sieht aber gut aus wir haben vier dinger schon drei dinge haben wir schon oben da so schwer ist das gar nicht jetzt wird es wieder schwierig ich kriege auf meinen herzen fakt zwei dinge haben wir nicht geschafft ich fasse mich da möchte ich auch noch in diesem part schaffen hoffe ich bekomme ich auch was dafür da muss ich ausgeschnitten dinge zuerst mal haben ja ist klar so aber mir läuft die zeit davon ich verabschiede mich